Hallo liebe Papierkreative, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem zweiten mini mini kleinen Bastelprojekt. Es war eigentlich als Goodie gedacht für diese Karte. Mir war das Video dann aber zu lang und ich habe gedacht, naja, aber vielleicht habt ihr Interesse an so einem kleinen Tisch-Goodie und ja, farblich könntet ihr es ja passend zu jeder Karte machen und vielleicht habt ihr Lust sowas auch mal zu basteln. Das einzige Wermutstropfen bei meinem jetzigen Video ist, dass ich leider kein schönes passendes Band habe. Das passt zwar wunderte Barber dazu wegen Gold, aber das Band ist recht störrisch und schöner wäre es, wenn wir ein weiches Band hätten, aber nicht zu weich, sonst fallen ja die Henkel runter. Also ich habe momentan tatsächlich in meinem ganzen Report war, obwohl ich viele Bänder habe, irgendwie nichts, was mir aktuell super gut dazu gefallen würde, aber ich möchte euch zumindest das Goodie zeigen, damit ihr seht, wie man diese süße kleine Goodie relativ schnell ohne großen Aufwand basteln kann. Ja und das soll eben passend zu dieser Karte sein, die ich ja da im letzten Video gemacht habe und da nehme ich jetzt einfach das gleiche Papier, um das nochmal aufzugreifen. Ihr könnt dieses Goodie in verschiedenen Größen machen. Hauptsache euer Papier ist quadratisch und es ist in drei Teile teilbar. Also ihr könnt das sogar, wenn ihr das ganz groß machen wolltet, mit einem 12 x 12 Inch Papier machen. Ich habe jetzt 6 x 6 Inch oder 15,2 cm und ich bediene mich, weil es eben 6 Inch ist, der Inchmaße. Ich habe hier ein Brett von Stampin' Up, was ja die Inchmaße zeigt. Ich lege an und falze bei 2 Inch und bei 4 Inch, drehe um 90 Grad, falze wieder bei 2 Inch und bei 4 Inch. Also hinten sieht man es etwas besser. Wir haben jetzt diese vielen Falzlinien und die ziehe ich mir jetzt einmal gründlich mit dem Falzbein nach. Jetzt lege ich mir eine Seite, also wenn ihr das quer haben wollt, dann müsst ihr das so nehmen, dann wird am Ende die Musterung auf dem Rudi hier querlaufen. Ich möchte es aber hochkant, also nehme ich das jetzt so, falze mir an der ersten Falzlinie um und hier ebenfalls an der ersten Falzlinie. Ziehe mir das nochmal gut nach. Das mache ich gleich an der gegenüberliegenden Seite auch. Das sollte schön liegen. Dann schlage ich mir diesen Teil einmal auf und schaue, dass das hier unten in der Ecke sich gut auffaltet und falze, lege mir das jetzt so an, dass diese Falzlinie hier weitergeht. Mit der anderen Falzlinie. Dann sollte das normalerweise hier oben mit dem Rand auch sehr gut abschließen. Und dann falze ich mir das einmal nach. Das kann ich jetzt hier an der gegenüberliegenden Seite auch machen. Das heißt, ich schaue, dass sich das gut aufschlägt, lege die Falzlinie hier fortlaufend an. Unten muss die Ecke schön sein. Falze mir das einmal nach links und nach rechts. Das sollte hier dann automatisch abschließen. Falze mir das einmal nach. Das habe ich jetzt an beiden Ecken. Jetzt gehe ich hier, drehe mir das und falze mir dieses innere Eck nach oben, sodass es an der Falzlinie entlang nach oben geht. Hier unten sollte es sich ein schönes Eck ergeben. Und falte mir das einmal gründlich nach. Also hier sollte es an der Falzlinie entlang gehen. Mache ich hier drüben auch. Ich nehme das Teil, falte es nach oben, schaue erstmal unten nach der Ecke, dass die gut wird. Und dann sollte das hier an der Falzlinie entlang gehen. So, dann habe ich die erste Seite schon mal so gefalzt. Dann kann ich folgendes machen, wenn ich mir das dann aufstelle. Ihr seht, hier die Ecke liegt auf der Kante von dem Papier. Dann kann ich mir das eigentlich auch schon mal hier nach innen umschlagen. Jetzt hoffe ich, dass ihr das seht. Ich versuche es in der Kamera. Und diese Ecke, die geht jetzt praktisch innen an der Falzlinie entlang. Ich falze mir das einmal nach. Und dann mache ich das hier auch. Ich schlage mir das um. Innen geht es wieder an der Falzlinie nach unten. Und ich falze mir das so gut wie ich kann. So sieht es jetzt aus. Fast wie so ein Schiff. Da ich das jetzt auf der anderen Seite auch machen muss, muss ich mir das Ganze wieder aufmachen. Das ist immer eine Herausforderung, am Ende das wieder so zusammenzulegen. Jetzt muss ich das auf dieser Seite auch machen. Das heißt, ich lege mir die Seite nach oben und falte mir jetzt erst mal das hier unten nochmal entlang. Mache ich auf dieser Seite auch. Klappe mir das neben innen. Das unten liegt entlang. Ich nehme mir wieder mein Eck, falte das auf, lege das nach oben in der Verlängerung von der Falzlinie, gebe hier einmal Kante. Dann mache ich das hier drüben auch, setze auf, schaue, dass sich das unten gut liegt, gucke, dass die Falzlinie sich verlängert, falze um. Dann nehme ich dieses innere Eck, gehe hier nach oben an der Falzlinie entlang. Hier unten muss es sich schön legen in der Ecke und hier an der Falzlinie entlang gehen. Umdrehen, umdrehen, gleiches Spiel hier. Unten schauen, dass sich die Ecke schön bildet. Nach oben entlang der Falzlinie. Nachfalten. Nach innen umlegen. Nachfalten. So, die kann ich jetzt schon mal zulassen. Jetzt muss ich mir das Gegenüber wieder zusammenlegen. Das ist immer die Schwierigkeit, dass man das dann wieder schön hinkriegt. So, also die innere nach innen klappen, ich muss selber immer gucken, so und wieder einklappen. Die innerste Falzlinie nach innen klappen, das reinklappen, so und rumlegen. Das muss man ein paar Mal geübt haben, dann kann man das. Dann liegt das genau so und hier drüben liegt das auch so. Jetzt habe ich hier diese kleinen Öhrchen. Und die muss ich mir einmal festkleben. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt, mit was ihr wollt. Ihr könnt das mit Abreißklebeband. Mit Gludots habe ich es noch nicht probiert. Ich probiere es jetzt mal mit Gludots. Ich hoffe, das hält genauso gut. Ich nehme mir einen Gludot. Ich gebe den hier auf diesen Zipfel oben auf. und klebe mir das Ganze einmal nach innen fest. Also was wir vorhin nur gefalzt haben, hält gut. Das muss festgeklebt werden, sonst hält euer Täschchen nicht. Das heißt, ich gebe mir jetzt hier wieder innen auf die Kante den Gludot. Auf die Ecke und klebe mir das schön nach innen um. Und dann, da ist ja hier so eine Kante. Hier war ja ein X praktisch gefalzt. Ich drücke mir hier oben nach innen. Gehe hier Kante auf Kante. Hier, ne, Kante auf Kante. Und jetzt falze ich mir das hier einmal schön nach. Also das kann man nicht richtig zusammendrücken. Einfach so ein bisschen. Und dann ist mein Täschchen eigentlich schon fertig. Jetzt brauchen wir halt noch einen Verschluss. Dann nehme ich mir ein Lochwerkzeug, zum Beispiel die Cropped Dial. Die habe ich mir eingestellt auf 0,5-0,6 mm von der Tiefe. Und jetzt, das ist jetzt schwierig mit dem Zeigen, gehe ich hier rein mit meiner Cropped Dial. Und versuche das jetzt möglichst gleichmäßig einmal zu lochen. Also ich gehe da ziemlich an den Rand nach außen. und loche mir das Ganze jetzt. Und das mache ich ringsum. Jetzt habe ich mir meine Löcher gesetzt. Und jetzt brauche ich halt noch Band, um das durchzuziehen. Gut. Wie gesagt, ich habe jetzt leider kein goldfarbenes geeignetes Band. Das, was ich hatte, war zu dick. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das ist sehr weich. Das wird nicht schön halten. Aber die Farbe passt auch zu meiner Karte. Das ist ein altes Band in Zimtbraun. Und ich finde, das kann man dazu auch gut sehen. Einfach, weil das andere nicht so gut geklappt hat. Ich mache mir das Leben einfach. Ich nehme mir jetzt hier einfach eine dicke Nadel. Gehe, fädele ihn mir einmal ein. Gebe Band. Und gehe von vorne nach hinten durch. So. Versuche das jetzt einigermaßen gerade zu kriegen. Ich brauche schon einiges an Band, weil ich zweimal rumgehe. Gehe von hinten nach vorne durch. Und schaue, dass das weit offen bleibt. Also so ziehen, dass das schön offen bleibt. Dann gehe ich wieder... Und jetzt ist so die Frage immer. Ich gehe jetzt von außen. Ich gehe jetzt wieder durch. Also ich gehe jetzt hier seitlich wieder durchs Loch. Achtung, nicht in den anderen Faden reinstechen, also nicht ins Band reinstechen, sondern nebendran. Gehe ich da einmal wieder durch. Schön offen lassen. Dann wieder rüber, außen, rein und durch. Und dann gehe ich... Wupp. Mag nicht. Er weiß, dass ich mich beeile, weil mein Akku nämlich fast leer ist. Mal gucken, ob ich das nicht so ganz verdreht hinkriege. Schön offen lassen. Dann kann ich gucken, reicht mir das für ein Band, für eine Schleife oder mache ich mir hier nur... Vielleicht mache ich mir auch nur einen Knoten. Also hier habe ich mir auch nur einen Knoten gemacht, weil das Band sehr steif ist. Sonst bräuchte ich nämlich hier noch ein bisschen mehr Band. Das reicht mir für eine schöne Schleife nicht. Naja, das kriegt man hin. So, jetzt schneide ich mir das einmal ab. Mache mir hier jetzt eine schöne Schleife. Oder nur einen Knoten. Ihr wisst ja, mit Schleifen habe ich es überhaupt nicht. Und der Akku läuft. Ich probiere jetzt einmal eine Schleife und wenn es nicht klappt, mache ich einen Knoten. So, die ziehe ich jetzt nochmal ordentlich fest. Schön, aber selten. Machen wir sie nochmal ein bisschen kleiner. Das Band ist ein bisschen franzelig, deshalb mag ich das eigentlich gar nicht so gerne. Und jetzt können wir die Bänder... Jetzt müssen wir gucken. Ich habe ja so ein Doppelband. Jetzt muss ich schauen, welches... Also hier kann man jetzt einführen. Und dann muss ich jetzt schauen, welche Bänder ich ziehen muss. Damit ich hier jetzt... Hm, das ist falsch. Damit ich hier einen schönen... Damit das zusammen geht. So, und dann habe ich hier einen wunderbaren Henkel. So sieht das aus. So. Mit der Schleife habe ich einen süßen kleinen Henkel. Und das Band ist erstaunlich gut. Also das ist schon ideal von der Breite her. Das Band hat eine Breite von 0,5 würde ich mal sagen. Ein bisschen mehr. 0,6 und 0,7 cm. So, und damit ich hier noch ein bisschen eine Deko drauf habe, habe ich mir jetzt einfach hier diesen Hasen nochmal genommen. Den klebe ich mir jetzt einfach mit ein bisschen Kleber drauf. Jetzt muss ich mich ganz doll beeilen. Sonst stürzt mir nämlich mein... ähm... ...mein Aufnahmegerät ab. So, ich klebe mir jetzt einfach hier diesen süßen kleinen Hasen nochmal drauf. Den hatten wir ja in der Karte auch. Den habe ich mit Blends koloriert. Und wenn es schnell gehen soll, geht es eh nicht schnell. Das kennen wir schon. Und dann... Und ich habe mir aus diesen schönen Schneeflocken, die auch in diese Schlittenfarbserie gehören, nehme ich mir jetzt einen goldenen Stern. Dann habe ich das Gold von der Karte auch wieder. Und setze mir den jetzt einfach noch mit hier. auf das Täschchen. So. Und damit ist mein süßes kleines Goodie-Täschchen fertig. Genau. Kann man nochmal schon zusammenziehen. Also, damit ist das süße kleine Goodie-Täschchen fertig, wie ihr seht. Und es passt ganz wunderbar zu dieser Karte. Vielleicht noch eine Idee dazu für euch. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss. Schön, dass ihr da wart. und da auch wieder zu lernen. Für dich vielleicht zu laufen. Tun Raub